Hallo, da können wir euch noch mal versorgen. Hochverjährigster Kumpf, da ist der Einlass. Bevor es losgeht, gibt es sozusagen noch eine kleine Kunstpassion. Wie Sie vielleicht, einige von euch wissen, setzt sich das Kühltheater vor, und wir setzen uns seit über drei Jahren dafür ein, dass dieses Theater im Kühltheater, wo es noch gleich drin sein wäre, ungenannt wird und überhaupt genannt wird, Dr. Ellemann Lack. Ellemann Lack gilt als das erste Nazi-Oktor in Dregsburg, war Lehrerin an der Vandertamsschule, und mir vor allem damals, 1930, hat ganz berühmte Theaterautoren, wie zum Beispiel Walter Zollert und Walter Mehring und andere Autorinnen und Autoren veranlasst, Werke über sie zu machen. Leider verweigert das Studentenwerk für die Universität den Dialog. Wir haben da zum Beispiel über tausend Unterschriften gesammelt, für die Umbenennung oder Wienennung, die einfach ignoriert werden. Und, um dieser Wieneranz ein bisschen mit mir zu schlagen, mache ich jetzt eine Kunstaktion. Und, um zu schlagen. Und, um zu schlagen. Und, um zu schlagen. Für heute, zumindest hoffentlich, für diese drei Tage Elimandack-Theater. Bravo. Auf die Dosen. Super. Elimandack. Ich habe gesagt, ich hoffe, es soll hängenbleiben, das Studentenwerk kommt und wird rot, bzw. es wird runtergerissen. Ich habe gesagt, Freiheit bei Kunst, darf man nicht. Zumindest für diese drei Tage soll das Theater nach der berühmten Lebensburgers heißen. Das Gleiche mache ich jetzt nach draußen. Wie Sie vielleicht sehen, haben wir hier im Theater. Die Studentenwerk sagt eigentlich, das Theater soll heißen Theater an der Universität. Die Universität sagt aber, das Theater soll heißen Student-Theater. Dieser Tohu Babu, genau wie das Theater heißt. Darum bin ich vor etlichen Jahren auch in die gekommen, dem Theater einen eindeutigen Namen zu geben. Ich mache bis jetzt noch draußen. Vielleicht können ein paar von euch mitkommen, dass wir mit Zeugen der Presse sagen. Das ist leider so. Und dann gehen wir rein. Und dann gehen wir mal wieder. Das ist das erste Mal. 업. Das ist auch hier. Aber es ist auch da. Das ist vorigen Moment der, der Ausland, der Bezug auf den Baile Szen. Das ist das große, die Ausland, der Bezug auf den Baile Szen. Man kann im Internet, da haben wir die Internetseite, habe ich eine Collage gemacht, wo hier über dem Schwindzug die ganze Breite, hier im Dachtheater steht und dann, da haben wir viel über die Ehe nachlesen, haben wir ihr Tagebuch und andere Dokumente veröffentlicht. Wir haben auch ein Theaterspiel für Schulen gemacht über die Ellen Madag, also Verarbeitung des Nationalsozialismus, das wir schon über 100 Mal in Bayern gespielt haben, erst diesen Montag am 6. haben wir das gespielt, zum Beispiel in der politischen Akademie Tuzing, haben wir so ein Vorbildungsseminar über Rechtsextremismusform eingeladenes Theaterbuchung. So, letzter Akt, Ellen Madagia. Applaus 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 Gut, ich werde hier nicht hin.